Ja, das geht nicht so weit, das ist doch nicht passiert. Der ist sehr schnell explodiert. Der ist sehr schnell explodiert. Was? Warum sind wir alle gestorben? Warum bin ich gestorben? Ich hab keine Ahnung, das kannst du dir nachher im Video auswerten. Wir sind immerhin eine Stufe tiefer gespawnt. Dann geh mal nach oben und guck dir das an. Ich seh's von unten schon. Armer, da müssen wir noch was dran tun. Mehr Türme? An der Treppe vor...ja... Uh, das ist das. Aber trotzdem brauch ich, glaub ich, langsam... Oder sind wir schon beim vierten Tuch? Vorsicht, Maike! Oh ja, sie kommt! Oh ja, 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 das sieht gut aus! Ich fang sie! Jaaa! Ah, schade! Das war knapp! Die ist nochmal abgeprallt! Naja, versuch! Die haben da am besten landen? Da, wo anfangs die Seite, wo die Lücke ist. Da, wo die Säule fährt. Aber, da ist noch ein bisschen altes, da heißt, ja. Da liegt so einfach. Da wird nichts. Jaaa, gut. Na, man stirbt einfach direkt. Wir wollen auch. Ja, wir wollen wieder. Jaaa. Ah, und ich auch. Toll... ich häng hier. Aber jetzt können wir's wieder fixen. Schluss Steffi! Base Jump! Zieh den Fallschirm! Patsch! Welcher Fallschirm? Oh Scruffy, kannst du mir mal jemanden den Fallschirm hier hochstellen? Das kam mir gar nicht so hoch vor. Okay, Moment. Vorsichtig, vorsichtig, zu mir habe ich keine Höhenangst. Are you ready, kids? Jetzt! Bereit. Michael, du bist auch bereit. Okay, Scruffy, du sagst, wenn ich los soll und dann wenn Michael zünden soll. Los! Zünden! Au! Oh ja! Der Tür fällt raus! Der Leuchtturm fällt auch richtig. Das sieht sehr seltsam aus, weil das eigentlich alles noch steht. Und vor allen Dingen das Gebäude oben drauf. Sag ich doch. Aber dein Leuchtturm ist gefallen. Und ich habe es überlebt. Flieg über das Airport Gebäude hinten oder dahinter zu uns. Aber irgendwie habe ich mir die Explosion schon ein bisschen größer vorgestellt und ein bisschen mehr... oder sieht lustig aus. Aber du filmst das! Ich habe das Gefühl, ich habe es mit deinem Leben nicht so zerstörbar. Irgendwann sind alle Scheiben raus, aber das kann man doch mal ansehen. Das muss auch abgeschrubt. Ja, das muss ich auch abgeschrubt. Das ist ein bisschen abgeschrubt. Weißt du, dass man mit kaputt ohne Hauptrotor noch Autorotation machen kann? Ich würde sagen, ich finde es heraus. Okay, der Motor ist doch ganz. Meike, wir versuchen Autorotation. Ja, das könnte klappen. Meike, unser Motor ist übrigens kaputt. Ich weiß, alles kaputt. Ich sehe, das ist cool. Ha! Ja! Perfekt, oder? Ja, genau, klar! Oh mein Gott, der ist ein Hall! Ja! 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 Ingem操bus! Okay, wer hat vier hier? Untertitelung des ZDF, 2020